Wir sind nicht ein normales Hotel. Na, wir sind ein Hotel der Stadt Köln. Wir haben ein ganz anderes Leistungsspektrum. Leistungsspektrum. Ich kriege nicht hin. Was los du Schwuchtel, warum gehst du ans Telefon ran, wenn ich weiß wo du wohnst, ist dein Arschloch dran. Oh ja, das findest du toll, wenn du meckerst, kriegst du die Fresse voll. Oh Kacke und Karate, was los du Opfer, hast du etwa deine Tage? Ist mir scheißegal, ich ficke die Penner aus dem Hotel nach 25 Gangbanks wird die Butze zu Bordel. Erst kommt der Keller. Bleist zum Spektrum. Und dann kommst du. Bleist zum Spektrum. Erst kommt der Keller. Bleist zum Spektrum. Und dann kommst du. Bleist zum Spektrum. Fette Titten und geile Mösen gibt es hier nicht, denn wir stehen auf bösen Sex mit Männern. Du willst hier wohnen bleiben? Gut, dann blass mir einen und wenn nicht, dann schick ich dich halt auf den Strich. Bei den Rumänen und Polen bist du sicher gut aufgehoben. Du bist 1,40, gut, dann kannst du ja im Stehen blasen. Nix, oh, du bläst jetzt schön weiter. Merkst du es, sein Penis, er wird steifer. So langsam wirst reifer in 10 Tagen schon ein Meister, dir wird vom Blasen immer heißer. Nutzensohn, was soll der Scheiß, sagt dir dein Freier, wenn ihm auf die Eichel beißt. Also lass das sein, es ist besser so, falls nicht, kennst du heute Nacht auf dem Bahnhofsklo. Bleist zum Spektrum. 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 Bleist zum Spektrum.